Ihr wollt den Shorts-Tab hier bei YouTube komplett ausblenden, dann zeige ich euch heute, wie das Ganze funktioniert. Und zwar brauchen wir dafür als allererstes einmal uBlock Origin. Wichtig ist, ihr könnt das Ganze natürlich auch auf dem Handy machen, dann müsstet ihr aber über den Browser schauen, ansonsten geht das Ganze nicht nur über den PC oder Laptop. Wir drücken hier also auf Add Opera und dann kommen wir hier hin. Wenn ihr Chrome benutzt, geht das auch. Ihr müsst einfach nur auf uBlock zugreifen können. Ich mache das Ganze einmal, dann kommen wir nämlich hier hin und dann haben wir jetzt hier die ganzen Dinger, die wir haben. Und wir gehen jetzt hier auf uBlock Origin, gehen dann hier auf die Einstellung und dann kommen wir hier hin und dann hier auf meine Filter einmal drücken. Als nächstes können wir das hier einmal schließen, das hier auch. Und wir gehen einmal hier auf Remove YouTube Shorts von Chris Titus. Von dem habe ich das Ganze nämlich. Der Artikel von ihm ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habt ihr nochmal die Waycodes sozusagen, aber das Einzige, was ihr machen müsst, ist diesen Text hier einmal rauskopieren. Ihr seht das Ganze hier, drücken auf Copy und dann fügen wir das jetzt hier einmal in uBlock ein. So, dann Änderungen übernehmen. Zack. Und dann seht ihr das Ganze einmal hier. Von ihm habe ich das und dann laden wir das Ganze jetzt einmal neu. Und ihr seht hier, die YouTube Shorts sind verschwunden, ich kann keine Shorts mehr angucken. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne Like und Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Auch wenn ich durchscrolle, werden hier keine Shorts mehr angezeigt. Und dann müssen wir sagen, das ist jetzt von mir, ich bin damit raus und bis zum nächsten Mal. Und dann müssen wir sagen, das ist jetzt von mir.